wir sind hier immer noch beim kristalldurchgang und suchen diesen blöden wegpunkt da wird kein gebiet jetzt dabei okay ich kann nicht noch mehr tragen dann portal so einmal zu dekade kane nicht hier einmal verkaufen abend so das kann weg die schuhe weg 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 plus 10 zu leben plus 17 maximale ausdauer weg plus 18 angriffskraft weg so hier brauchen wir nichts mehr dann einmal reparieren ja wir haben schon wieder eine menge kohle beim letzten tod verloren so dann wieder hier rein so kleiner schild starker heiltrank starker heiltrank da sind noch früge amulett so also der gletscher weg das ist moment der eingang da ist auch ein wegpunkt wir haben jetzt zwar erst angefangen aber wir haben jetzt schon viertel nach vier eigentlich ins bett jetzt und ja auch wenn wir jetzt hier uns dann noch mal hier runter kämpfen müssen beziehungsweise dann hierhin haben wir hier sonst alles entdeckt dann machen wir nämlich jetzt hier schluss beziehungsweise gehen einmal nach harro gab zurück und in der nächsten aufnahme keine ahnung wann ich die mache also innerhalb der nächsten zwei vier fünf tage weil ich jetzt nur folgen für fünf tage insgesamt habe werde ich wieder aufnehmen und ihr seht das dann gleich wie es weitergeht und weiter geht's wir haben noch waren in der tasche zum identifizieren ja ich nehme wieder nachts auf wir haben jetzt donnerstag auf freitag nacht halb zwei ja so das plus fünf plus fünf zum anderen 40 prozent extra gold gut das behalten wir die zwei tränke haben wir noch hier in die tasche und dann wo haben wir aufgehört kristalldurchgang genau und wir müssen jetzt hier unten hin ich will mal gucken weil die ganzen mops ja wieder da sind dass wir das irgendwie hinkriegen mit rennen ja 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 ich lass mich gehen so schattenkrieger aus wir sind jetzt beim frost fluss Okay, da sind Mops. Ach, scheiße. Äh, das kann ich nicht. Und direkt ein Champion hier unten. Eieiei, und dann auch noch einer von den Frost-Idioten. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich will hier weg. Weg, 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 weg. Nein, da. Da. Äh, schon wieder so ein Stress aus der Arbeit hier. Okay, nein, geh mal hier rüber. Eieieiei, was ich für ein Haltrangverbrauch. Ich habe keine Haltringen mehr. Ich muss das mal so kurz machen. Weg, 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 weg. Ach, der war tot. Ich habe... Da ist ja noch einer. Weg, weg. Nein, lass mich mal hier vorbei. Lass mich mal hier vorbei. Hallo. Weg. Boah. Mann, Mann, Mann. Alter, schon wieder so ein Stress hier. Ich muss mir erst mal Haltrangverbrauch holen. Eieieiei. Äh, so. Da. Ne. Guter Haltrangverbrauch. Wollen wir mal. Oh, Mann. Das ist schon hart. Ey, wir haben innerhalb von kürzester Zeit äh, zwölf Heiltränke hier rausgehauen. Und ich glaube, wir hatten eben noch einen aufgehoben. So, was haben wir hier? Zeug zum Identifizieren. Äh, ich mache das mal kurz... hier hin. Ja, ich habe jetzt keine Lust zu kennen zu gehen. Äh, den hier erst nochmal. Ja, bevor wir hier sterben. Also, wir kriegen den eigentlich nur richtig Staunen, wenn wir ihn von der Seite angreifen können. Hallo, greifst du mal bitte weiter an? Oh, Leute. Heiltrank. Zauber. Heiltrank. Ja, ich muss mir aber wieder ein paar Heiltränke hier mitnehmen. So, dann den hier raushauen. Ah, ja, ja. Okay. So. Das war da noch einer. Hier kommen wieder ein paar Skeletter an. Eieieiei. Und schon wieder... Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Ja, nein. Und unser Schatten steht da vorne. Hier oben. Und guckt einfach mal auf die andere Seite. Oh, Wahnsinn. Die kommt. Blöde Kuda. Uah. Weg, weg. Weg. Eieiei, was ist denn hier unten los? Wo? Wo, 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 wo? Ich würde die gar nicht hin. Nein. Eieiei. also hier sie als gegen man liegt hier was nur hier gar nix toll und der eine kommt nicht raus es ist ja einer der wieder blöden kann und jetzt bleibt liegen der kommt ja schon wieder ich habe keine ahnung was das für ein trottel ist jetzt reicht aber mal hier da ist noch gut ok hier geht es nicht weiter kommt mit und bleibt nicht die ganze zeit da vorne stehen guck auf die andere seite also ganz ehrlich die kei hier in diablo 2 geht mir so auf den senkel manchmal so also hier ist nichts mehr was war das ja wenn er jedes markt gold gibt und erfahrungspunkte habe ich nicht dagegen so hier unten ja 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 also ein der mitteilung ist wir gehen jetzt hier lang kaum gut gut ich würde sagen wir machen morgen hier und weiter